Es geht, es geht, es geht wieder los! Servus Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Skan. Und heute steht ein Fußballspiel an. Es wird ein Spieltagsvlog. Die Idee kam sehr, sehr spontan, aber ich glaube, es ist eine ganz coole Idee. Heute haben wir ein Testspiel in Bietigheim gegen Germania. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit Behind the Scenes von einer A-Jugend. Das ist unser erstes Testspiel und hoffentlich gewinnen wir das natürlich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt etwas in die Kommentare für den Algorithmus, würde jetzt meinen guten Freund Michi sagen. Und abonniert natürlich meinen Kanal, um mich weiterhin zu unterstützen. Genug Eigenwerbung. Wir ziehen uns gleich um. Es ist 15 Uhr, Treffpunkt ist 18 Uhr und dann fatzen wir nach Bietigheim. Heute spielen wir in grün, die Nummer 1. Ich spiele durch tatsächlich, weil unser anderer Torwart krank ist. Normalerweise hätten wir 50-50 gemacht, aber dann ist es jetzt halt so. So, ich habe mich umgezogen. Hier, meine Schuhe packe ich gerade ein. Die habe ich neu. Mal gucken, wie sie sind. Ausweichsschuhe. Und Adolfanzschuhe, das sind meine Spielschuhe. Nehmen wir auch mit. Die Tasche ist eigentlich einigermaßen gut gepackt. So, noch drei Stunden bis Spielbeginn. Ich chill jetzt noch ein bisschen auf der Couch und dann fahre ich auch schon mit Bieter. Wir sehen uns im Auto. So, Leute. Boah, deutscher Gang. Fast Menschen überfahren. Wir haben noch kurz trinken geholt. Wir sind in zehn Minuten dort. Es ist gerade 20 vor sechs. Dann treffen wir uns alle zusammen schön und hoffen natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist das Ziel, aber wir sind in der Vorbereitung, weil wir wollen Meister werden. Das ist ein ganz klares Ziel. Und Meister wird man nicht von einem Spiel auf das andere. Erstmal Testspiel gegen Germania. Regionenliga, glaube ich. Also ich glaube, zwei Ligen höher. Von dem her, gehen wir es an. So, wir sind da. Aber irgendwie ist sonst auch niemand da. Ah, da kommt jemand. Servus, große Hai. Scheiße, es ist gar nicht heiß. Servus, Jungs. Alles klar? Marvin. Hey, Captain. Hey, Captain. Hey, wie geht's dir? Ganz schnell weg. Hier ist Captain. Ich hätte nicht mal vorgekommen. Guck dir, die Kamera war das erste Mal. Servus. Ja. Haben wir Bock? Haben wir Bock? Die Null, wenn man stehen kann. Die Null. Gehen wir in die Kabine mit Marvin. Ich habe ihn im Tor abgelöst. Und er ist jetzt ganz glücklich darüber. Alles gut, kann. Alles gut. Heute steht die Null. Oder? Ja, muss, muss. Derby, muss in die Null stehen. Derby? Die Gute. Hoffentlich! Ist das ein Problem? Ja? Sieh dich mal lieber an, schau mal. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du kannst das Plan schon. Wo ist es? Kasten haben wir schon? Meinungskasten? Hallo. Gut, der Kasten ist wichtig. Der Kasten ist wichtig. Der Kasten ist wichtig. Der Kasten ist wichtig. Hier. Sieh mal fair. Ja, er war... Ja, okay. Ich gehe rein. Also es muss nachher noch einmal den Job übernehmen, sondern ich kann es nicht jetzt hier. Ich bin schon mit einem Lübziden. Du filmst die ganze Zeit. Der Kasten ist so eng bei ihm. Ja, ja, ich sehe ihn. Ja, ja, ich sehe ihn. Oder? Ja? Ja? Komm mal. Geh mal. Geh mal hier im Weg. Eins, zwei, drei. Ja, Mann. Geh mal hier. Auf geht's, Missingen. Auf geht's, Männer. Marvin. Jetzt steht es. Ja, Mann. Bleib dran! Bleib dran! Bleib dran! Hey Luca, was ist los? Du warst schon vorgestern Abend bei uns. Ich? Was hast du gehabt? Fieber. Schon wieder! Hattet ihr schon mal Halluzinationen von Fieber? Nee, aber von Hushbraunus. Ich hatte solche Filme im Kopf. Das war schlimm. Luca, schlimm als Hushbraunus? Da hatte ich keine Halluzinationen. Nein, ohne Spaß. Gar ein Vollbrauch. Ich schwöre, ich könnte für Skype filmen. Ja, ich könnte für sich. Jawoll! Sehr gut! Sehr gut! Super! Kahn! Ja, komm! Ja, komm! Schuss! Schuss! Ball wollen! Abseite! 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 Cool! Ganz der Möder war das! Spiel! T-Max Bring ihn rein! Ohhhh Elke Breaker Jellinc hat es dir nicht so passieren! Stark hin. Aufpassen! Weg! Weg! Bleib dran! Aufpassen! Simon, danke fürs Filmen. Mal gucken, was daraus geworden ist. Hier ist der Ranke-Torwart. Ich habe dich heute im Video erwähnt, deswegen... Spiel zu Ende. Wir haben 3-2 gewonnen. Luki hier. Meinung zum Spiel gekommen. Sag mal was. Ja, Bruder. Erste Halbzeit war geil. Die ganze Zeit war scheiße. Weil du nicht gespielt hast, das erste? Also, wir sehen uns. Ciao. Da ist der Rest vom Schützenfest. Hey! Hey! Good job, Finja. Fürs Team. Prost, Sieger. So. Zuhause angekommen. Wir haben noch Fußball geschaut. Der Mann ist heute neuneinhalb Kilometer gelaufen. Mit zwei Krämpfen im Bein. Der hat trainiert, weil er nichts kann. Der war zuschauen. Die war, die ist zu spät gekommen. Und der hat gerade zwei Burger reingehauen. Einen. Einen? Okay. So, das war's mit dem Video. Junge, mach doch nicht dunkel! So, das war's jetzt vom Video. Hier mein provisorisches Licht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal. Wir haben gewonnen. Wir sind glücklich. Wir sind die beste Mannschaft. Bitte keinen Pissigens. In dem Sinne. Bleibt sportlich. Haut rein. Ciao, ciao. Halt die Fresse, Fabi.